Hallo Leute, ja, aller Abschied ist schwer, wenn auch nicht lang. Ich ziehe jetzt morgen über morgen um und da habe ich mir überlegt, zum Ende mache ich noch ein LOL Battle mit meinen Abonnenten. Äh, LOL Spiel heute, Freitag. Ähm, ich werde den Raum um kurz vor 20 Uhr machen, so, ja, ungefähr 20 Uhr. Dann kalkuliert ein, dass wir eine Viertelstunde brauchen, bis wir anfangen. Ähm, erstmal, wer darf rein, ähm, da es noch kein richtiges Abo-Battle ist, sage ich jeder. Ja, das Passwort werde ich vorher hier nachher noch, äh, um 20 Uhr dann als Budget hinschreiben. Äh, dann noch neues, falls jetzt mal der Lois-Server wieder mal busy ist, ach, nicht busy, aber wieder offline, dann, äh, schreibe ich auch hier hin, warum. Ähm, und, ja, all genau, und, äh, damit mich, äh, nicht jeder immer, äh, fragt wegen den Lois-Spielen oder so. Hier habe ich das ja geschrieben, wie ich, äh, hier habe ich ja hingeschrieben, wie man mit mir Lois spielen kann und, äh, ja, äh, schreibt mir eine PM mit eurem Skype und Lois-Namen. Das hat bis jetzt jeder hingekriegt. Edit mich in Skype und Lois, das hat nicht jeder hingekriegt. Ähm, sagen wir es mal so, fast jeder nahezu, der ich, den ich in Lois habe, der hat mir auch nachher hier geschrieben. Nur, ihr habt mich da nicht in Skype und Lois geaddet, ihr sollt mir schreiben und dann mich in Skype und Lois adden, damit, äh, ich das sehe, ja, oh, es hat mich jemand geaddet. Ich gehe eben in mein, ich gehe eben auf YouTube, äh, gehe in den Postkanal, würde dann sehen, aha, das ist so, abonnen so und so und so und so, den nehme ich dann mit auf. Äh, das müsst ihr schon machen, denn sonst könnt ihr nicht nachher beim Abo-Battle nach dem Unzug mitmachen. Ähm, ja, ich glaube, das war's dann schon, äh, ja, und so nur Videos angucken, das, äh, ist ja noch immer so schön, weil ich dann herausfinden kann, wie viele Abonnenten ich schon habe, äh, die Lois spielen, macht man das auch gut im Überblick. Ähm, was soll ich noch sagen, ja, ich werde dann noch bis, äh, meinen Rechner muss ich Samstagabend abbauen, also bis Samstagabend versuche ich dann noch die, die letzten, ich glaube, zwei Teile von V, 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 die ich aufgenommen habe aufzunehmen. Danach kommt direkt, ähm, wenn ich umgezogen bin, ähm, ein LOL-Battle, das ich schon mit ein paar, der meine Abonnenten gemacht habe, danach das LOL-Battle, das richtige Abo-Battle. Und dann werde ich einfach ganz gewohnt weitermachen, ähm, eine wichtige Sache war dann noch, ähm, ähm, äh, ja, genau. So, ähm, ihr könnt ja noch mal, ähm, in die Kommentare reinschreiben, ob ihr noch ein paar Bilder meines Hauses sehen wollt, wie es momentan aussieht. Ein bisschen leer, ziemlich ein bisschen. Auf jeden Fall würde ich da ziemlich hastig machen, wenn ich sogar noch heute, damit ich heute mit meiner Kamera ein paar Bilder, noch ein Video aufnehmen kann. Ihr werdet mich nicht sehen, ihr werdet keinen sehen, vielleicht mein Hund Piggy. Äh, auf jeden Fall schreibt mir dann in die Kommentare, ob ihr noch ein bisschen von meinem alten Haus sehen wollt. Äh, wenn ihr das wollt, dann mache ich auch, wenn ich umgezogen bin, auch noch Bilder von meinem neuen Haus. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, also, hier unten schreibe ich da noch ein Name und, ähm, Passwort hin. Ähm, dann sehe ich hoffentlich den größten Teil nach einem LOL wieder. Äh, 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 freu. Äh, okay, Leute, bye.